So liebe Schauer, wir kommen noch mal zum Video und zwar mit Mario und zwar von der Switch. So, also wie ihr seht sucht ihr dann eine Strecke aus und dann geht das wohl los. Ihr könnt sehen wo die alle her sind. Deutschland. Aber viele Japan. Wo geht das aber los hier? Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ja, Mau. Ja, ich hoffe lange, dass du mir verzockt, aber du musst mal heimfallen. Vielleicht krieg ich gar nicht mehr hin. Komm mal. Wir machen ja die ganze Zeit so. Wir lassen ihn nicht mehr. Und du fliegst. Boah, das Spiel ist sehr spannend. Kann man den Kähnchen kaufen. Ja, ich bin immer letztendlich. Noch drei Runden. Ja, ich bin immer letzter. Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Das war's.